also hier feiern die schweizer also den mord an den europäer und ihre kinder das ist den scheiterhaufen das war ein schweizer idee das zu machen die schwester der isis also am 1 august 2010 jedes jahr schrecklich und sie wissen es also den scheiterhaufen hier symbolisch werden da die europäische frauen verbrennt also die gute und die böse die schwester der isis die machen das hier in basel am rhein dann haben wir da das hotel les trois rois alle hoheiten und pharaonen und sogar napoleon 3 oder weiß ich was der ist hier gekommen und da neben da an ist eigentlich ein schwimmbad oben auf dem dach und es stehen vier riesen obelisken aus kupfer für wem denn wohl weil man kann sie nicht sehen von mir das so belästchen sind für wem haben sie dann diesen aufwand gemacht das ist natürlich für diese herrscher und herrscherinnen die hier da im schwimmbad rumplanschen damit damit sie sich so schön wie in ägypten unter sich ganz weg von allen anderen wo nur diese zugelassen werden sich unterhalten können über die unterwerfung europas die welt und ihre kinder also schon hier nochmals man sieht es nicht also für wen haben sie dann gemacht für sich selber in seite das ist das da ein schönes bild da sind nicht die bühne wieder gut von dieser seite sehen wir noch mal und wir sehen sehr gut ja jetzt nach oben hier sieht man sehr gut dass obelisken sind sehr deutlich sehr deutlich ich bin hier hundertmal vorbeigekommen ich habe es niemals gesehen da beim krankenhaus und da sind die bullen die haben gern so ein gitter und da ist ein teils vom krankenhaus da sieht man die dreieck der freimaurer überall und da überall die sonne hier rückliefer also die präsenz der pharaone ist hier ganz 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 sichtbar so so schützenstraße in luzern und da gehen wir schauen was wir da sehen das ist das schlimmste was ich je gesehen habe da der stab ist der stab von moses auch ein phallus symbol und damit machte er das meer auf also der pharaone und sein heer sind verschwunden ins meer der völker und der faust ist einfach wir machen eine faust von innen hinaus der feind im inneren und der g ist vom gola oder gollut das heißt diaspora geheimzeichen der freimaurer und pharaon schlimmste sie habe ich das schlimmste gefühl was ich je gehabt habe also hier sind wir in wieden kanton aargau drei säule das sind die drei bergen von den pharaonen von der freimaurer die haben das im garten und wenn sie einmal hilfe fragen wird ein umgesägt zweimal der zweite und beim dritten mal wenn sie hilfe fragen müssen sie sich umbringen denken wir an ue bachschel jonas kennedy und so weiter das ist noch witzig das schild hier da oben das sind dreieck pharaonen und freimaurer symbol gerade da unten ist das bild des volkes die dreien im kreis hier rum also das sind alles eule darauf hochgradiges freimaurer symbol der rote hat auch auf der hinterseite und die andere nur auf einer seite ja und da gibt mir das symbol von schell der muschel da auf die andere seite stehen sie an auf dem dach da haben wir das dreieck der freimaurer und pharaonen k die seele sie ist vielleicht auf der einen seite stehen vier auf die andere seite drei um drei warum es gibt auch drei dunkle so wieder und vier weiße weil die unterseite einer pyramide hat vier ecken und das sind die vier elemente sehr wichtig für sie nach der seite eine pyramide sowie das dreieck da hat es drei ecken und das symbolisiert die drei die religiöse dreifaltigkeit also hier in widen bei zürich in kanten aargau wirklich fürchterlich und das ist finanziert worden auf diese bedingungen die haben das bezahlt an der gemeinde unter diese bedingungen werden weil keine weiteren angaben von den spender angegeben verstehen wir es ist sicherlich noch mehr das symbolik da dahinter aber ja das war's denn die größe hat dann auf zwei seite eine eule gut schauen wir noch von der anderen seite hier das ist etwas von der anderen seite da das eule und der eule soll ein tier sein was in die seele hinein schaut das ist auch das symbol der der psychiater und die psychiater sind natürlich auch alles pharaonen seelenklempner ja ok ja und hier in widen war ich dann natürlich bei dr brain surfer auf besuch dem ein film sehr der hammer gewonnen hat ja also hier bin ich ins spitz eine art von kapelle mit so komische bilder da ein herz hat ein dolch darin ane dies herz hat ein dolch und ein stacheldraht und da die hs das sind ja heiliger oder schweizer scheinheiliger und dieses kreuz dieses bild hat der dolch im anderen herz und dann noch der stacheldraht und da steht er mit so der winkel und der zirkel da da wieder zwei schweizer scheinheiliger da haben ein hakenkreuz mitte in der schweiz in schweiz wo die schweiz angefangen hat hier hat das ganze angefangen die zerstörung europas wir haben die templar den templarschatz gelassen und da sind die freimauer daraus geboren und die schweizer banken in eineinhalb monat nach dem ende der kreuz zu also 1. august 1291 hakenkreuz ich habe bewiesen im buch dass das hakenkreuz kommt von einer ferramide also hier bin ich bei der von redinghaus richtige pharaone hat die schweizer wirklich hier angefangen zwei obeläsen die jachim und de boas also das sind ohne zweifel die älteste und erste obeläsen der schweiz sie standen hier schon vor 1291 schon denke ich was die templar hier gekommen sind so von reding die meist einflussreiche familie hinter den kulissen in der schweiz noch mal hier für eingang da das schild redinghaus und auf die andere seite fahrer ohne zeichen die ganze wand ist voll hier damit ganz komische zeichen das ist die innerstadt drei echte freimauer da wenn der krieg kommt setzen sie diese symbole zusammen mit der sonnirurgliefe vor allem über die tür auf ihr haus und werden sie überleben genauso wie die juden in esra in bei den pharaonen gemacht haben mit dem blut scharf blut über die tür alles geheimen symbole noch mal vor dem von redinghaus hier ich habe es befürchtet aber dann habe ich nicht mehr geguckt natürlich ist die sonnirurgliefe da bei dem brünneli bei dem wasser setzen sie um gottes willen diese symbol über die türe ihres hauses bei dem krieg der am kommen ist dann werden sie überleben wenn ich dann geht es ganz schnell und das dreieck natürlich mit diese elektronik elektronische daten und so computer ist es nicht mehr das gleiche wie im mittelalter aber immerhin ja sowie also hier sind wir genau da wo das wo das elend anfing in der schweiz hier mit dem tempel das ist staufacher sieht ja richtig europäisch aus das ist der fürst walter fürst auch so europäisch aus komm ich das ist an der halden an und ja überall da die sonnirurgliefe natürlich und da und da und da und da der hinter ganze brünneli ist voll und da und drei ich mich noch um natürlich ist da die dreieck und da überall der ursprung des elends hier ja und da überall dreieck mit sonnirurgliefer und das hier ist gebaut worden oder gemalt worden von ein deutscher ferdinand noch etwas in 1891 wurde das gemalt von ein deutscher ferdinand also 600 jahre später nach 600 jahre kann man davon ausgehen dass das nicht mehr die richtigen köpfe sind und ich habe die gemälde damals gesehen bei von reding das waren richtige pharaon das alles verarschung so wie wilhelm tell das ist erst 100 jahr alt hier also ferdinand wagner hieß er überall sonnirurgliefer überall da auf dem dach noch dreieck der freimauer da 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 überall voll die tür ist wie ein tempel der eingang wie eine pharaon exempel tja da überall das neck plus ultra das mecca der pharaon schwitz und da ich weiß nicht ob ich sehe von hier das ist noch ein hakenkreuz da drauf das ist auch noch so eine art vom hakenkreuz es ist voll damit und da natürlich wieder so nirurgliefer machen sie das bitte auf ihr haus aber erst warten wenn der krieg anfängt das ist voll 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 das märchen mit dem will mit helder voll mit hakenkreuz da habe ich noch mal ein hakenkreuz hat jemand noch fragen wir wissen wer hat die nazis finanziert die schweizer banken und wer waren die nazis das war dieses kriminelle verein dieser tempel darum hat die kirche sie auch geholfen die nazis nachher nach südamerika zu fliehen die hassen europa hier die haben so viel leid und so viel toten gebracht und so viele kinder unter bomben das sind die schweizer und das sind die beweise dieses kriminelle bei der schweizer